Wir stehen kurz vor einer Rallye im Tech-Sektor, das heißt vor allem Technologieaktien, die in den letzten Wochen und Monaten ordentlich Prügel bekommen haben, sollten in den nächsten Tagen und vielleicht sogar in den nächsten Wochen einen ordentlichen Zug nach oben sehen. Wieso das so ist, möchte ich dir in diesem Video zeigen und wir werden zusätzlich noch auf ein paar Einzelaktien zu sprechen kommen, wie zum Beispiel Tesla, SoFi, Palantir und noch ein paar Aktien mehr. Vorher möchte ich dich aber bitten, jetzt meinen Kanal zu abonnieren, damit du auch in Zukunft wertvolle Videos von mir vorgeschlagen bekommst. Schauen wir zunächst auf die aktuelle Marktsituation und hier seht ihr wie immer den Nasdaq 100 vor euch, ich sag mal als Technologieindex mit den großen Technologiewerten und man kann sich hier immer schon sehr viel ableiten. Nachdem wir vor zweieinhalb Wochen eine Abwärtswelle ausgerufen haben, ist der Nasdaq auch tatsächlich nach unten abgerauscht, konnte aber mein aktuelles Ziel bei 12.200 Punkten nicht erreichen und hat das Ziel um etwa 3-4% verfehlt. Ich gehe in der aktuellen Lage auch nicht mehr davon aus, dass wir dieses Ziel, diese 12.200 Punkte jetzt kurzfristig noch sehen, sondern im Gegenteil, ich gehe im Moment davon aus, dass wir tatsächlich einen Aufwärtsschwung bekommen und dafür gibt es gleich mehrere Gründe, die wir uns jetzt anschauen möchten. Der größte Punkt, wieso wir jetzt aktuell wirklich gestern diesen ordentlichen Turnaround gesehen haben, wir können ja hier mal ganz gern in den Stundenchart gehen, ihr könnt hier sehen, dass wir auf einmal gestern Abend einen ordentlichen Zug im Nasdaq 100 gesehen haben und dafür gibt es vor allem einen Grund und dieser Grund heißt Jerome Powell und seine Zentralbank in den USA. Die hat gestern dafür gesorgt gehabt, dass die Finanzmärkte, vor allem die Technologieaktien nochmal ordentlich angezogen sind. Das hatte mehrere Gründe, und zwar hat die Zentralbank gestern den Leitzins um 0,5%, also um 50 Basispunkte erhöht, gleichzeitig aber auch gesagt gehabt, dass größere Zinsschritte in Form von 75 Basispunkten im Moment nicht auf den Tisch liegen und das war so ein bisschen die Sorge von dem Finanzmarkt, dass die Fed, also die Zentralbank hier nochmal ordentlich aggressiver die Zinsen steigern konnte. Und gestern hat Jerome Powell auch meiner Ansicht nach einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Er war konkret, er war zielstrebig und hat auch klar seine Position gezeigt gehabt. Das hat sehr viel Unsicherheiten aus dem Markt genommen und das war auch einer der Hauptgründe, wieso wir wirklich hier eine ordentliche Rallye zum Abend gesehen haben. Meiner Ansicht nach sollte die Rallye hier jetzt auch in den nächsten Tagen ordentlich weitergehen. Das hat auch hier wieder gleich mehrere Gründe, denn auf dem Finanzmarkt war die Stimmung auch schon lange nicht mehr so negativ, wie wir das Ganze die letzten Wochen gesehen haben. Die ganzen großen Investoren sind wirklich aus dem Markt rausgeflossen. Vor allem sind sie Risiko-off gegangen, das heißt ganz viele Aktien, die vielleicht noch wirklich keine Erträge schreiben, die haben ordentlich Verluste eingesackt. Und gleichzeitig mit diesem Schwung sind auch viele Privatinvestoren komplett rausgegangen. Das sehe ich auch immer wieder an den Kommentaren unter den Videos, dass auch unter den Videos meine Kommentare immer so ein Indikator sind. Die waren wirklich extrem bärisch, die Kommentare in letzter Zeit. Und auch die ganzen Videos, ich nehme an das Ganze immer so ein Beispiel, auch sehr, sehr viele Videos von anderen YouTubern und anderen einfach wirklich Influencern in diesem Bereich. Die waren sehr bärisch, die waren wirklich eher darauf bezogen, dass man Risk-off gehen soll. Und in dem Moment, wenn wirklich schon alle Risk-off sind, dann kann es manchmal Sinn ergeben, Risk-on zu gehen, zumindest ein bisschen mehr Risk-on zu gehen. Und im Moment habe ich bei niemandem gesehen gehabt, weder bei den Professionellen noch bei den Privatinvestoren, dass hier überhaupt noch irgendjemand ein bisschen Risiko im Markt fahren will. Und genau jetzt, in diesem Augenblick, könnten wir sehen, dass sich jetzt das Momentum dreht. Das könnten wir auch alleine schon aufgrund dieser Sicht hier sehen. Das Put-Call-Ratio war schon lange nicht mehr so bärisch. Das heißt, dass hier wirklich sehr viele Privatinvestoren und auch große Investoren sich gegen fallende Kurse abgesichert haben, im großen Maße. Wir haben auch bei ganz, ganz vielen Aktien gesehen gehabt, dass die Short-Quote sehr hoch gewesen ist, sehr hoch angestiegen sind. Und diese Aktien sind dann im Moment dann auch teilweise sehr anfällig dafür, plötzlich in die andere Richtung zu laufen und dann viele Short-Positionen zu liquidieren. Wir werden uns gleich nochmal ein paar Positionen anschauen, wo das zum Beispiel zutreffen könnte. Vorneweg, SoFi ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo wir knapp eine 20-prozentige Short-Quote haben, mit sehr bärischen Signalen, wo gleichzeitig die Bewertung aber mittlerweile so wirklich so attraktiv ist, dass man da eigentlich schon zuschlagen muss. Also ich bin auch selber, vielleicht vorher nochmal kurz gesagt, ich bin selber in SoFi investiert, eine meiner größten Positionen. Aber da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zurück. Vorher möchte ich euch auch nochmal ein paar andere Grafiken zeigen, die erklären, dass wir auch mittlerweile ordentliche Überbewertungen in vielen Segmenten auf den Markt abgebaut haben und auch teilweise in die Situation reinkommen, dass der Markt jetzt vielleicht teilweise ein bisschen übertreibt. Dazu schauen wir zunächst einmal auf diesen Chart hier und zwar sehen wir hier einmal, dass der Jahresstart 2022 einer der schlechtesten war in den letzten 20 Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich hier mal alle Jahresstarte, also von Januar bis April hier mal nebeneinander oder übereinander legen, dann sehen wir, dass das Jahr 2022 den schlechtesten Jahresstart hatte in den letzten 20 Jahren. Gut, dazu muss man jetzt auch sagen, dass wirklich die Jahresendrallye letztes Jahr auch sehr stark war. Aber wir sehen schon, dieser Jahresstart ist wirklich sehr, sehr negativ und es könnte hier auch einiges dafür sprechen, allein auch schon aus dieser Sicht, dass wir hier schon einen ordentlichen Rebound nach oben sehen. Aber das ist nicht die einzige Grafik. Wir können jetzt auch mal so ein bisschen in die Bewertungskennzahlen reingehen. Hier zum Beispiel der Cloud-Index, wo man hier sieht, dass die ganzen Cloud-Unternehmen, wie die praktisch von der Bewertung hier sind, jetzt auf Basis eines Revenue-Multiples, also praktisch wie die Umsätze, wie die zukünftigen Umsätze bewertet sind. Und wir sehen, dass dieses Cloud-Business hier nach dem Corona-Crash, nach dem Corona-Tief eine ordentliche Übertreibung nach oben hatte, auch aus diesem Innovationsfokus raus. Und weil natürlich auch das Cloud-Business und viele Unternehmen aus diesem Bereich jetzt ein Profiteur war während dem Corona-Crash. Und wir sehen hier diese ganzen Multiples, diese ganze Überbewertung, was wir gesehen haben in diesem kurzen Zeitraum, ist jetzt wieder abgebaut. Und wir sind hier auf dem Median teilweise sogar unten drunter. Das Gleiche sehen wir aber auch zum Beispiel im Internet-Index. Hier unten könnt ihr sehen, welche Firmen hier drin sind, zum Beispiel Meta oder auch Alphabet und viele andere Unternehmen auch. Und wir sehen hier, dass wir von der Bewertung auch hier mittlerweile auf Basis der EBITDA-Kennziffern mittlerweile unter den Median der letzten Jahre sind. Wir waren schon lange nicht mehr so günstig wie jetzt. Und genauso sieht das zum Beispiel auch im Fintech-Bereich aus. Auch hier haben wir jetzt die Median mittlerweile nach unten durchschritten. Und da muss man jetzt insgesamt sagen, negative Stimmungen am Markt, Put-Call-Ratio deutlich bärisch, hohe Absicherung, Privatinvestoren sind aus dem Markt rausgestimmt und die Bewertungen sind mittlerweile deutlich über die Median, teilweise in mehr Jahrestiefen oder auch schon so tief wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und da muss man sagen, wenn jetzt der FED das gelingt, was sie vorhat, dann könnten wir hier mittlerweile wirklich eine ordentliche Rallye wiedersehen. Und was muss der FED gelingen? Die FED muss jetzt im Endeffekt ein Soft-Landing wirklich vollziehen. Ein Soft-Landing bedeutet, man wirkt die US-Wirtschaft nicht ab, sondern sorgt dafür, dass keine Rezession zustande kommt, indem man aber gleichzeitig die Zinsschritte nach oben erhöht, sozusagen die Inflation etwas nach unten schaut und gleichzeitig die Wirtschaft dabei nicht abwirkt. Wenn das gelingt, dann könnten wir wirklich eine längerfristige Rallye sehen, die sich jetzt hier im Moment nicht nur um ein paar Tage nach oben zieht, sondern da könnten vor allem auch wieder Technologiewerte einen ordentlichen Zug nach oben bekommen, auch über die kommenden Monate. Und wir sogar in der zweiten Jahreshälfte eine echte Rallye wiedersehen. Und jetzt schauen wir uns in diesem Zuge nochmal ein paar Einzelaktien an. Wie gesagt, vorhin schon mal angefangen mit SoFi. SoFi hier auch ein sehr tolles Beispiel aus dem Fintech-Bereich. Man hat hier wirklich ein ordentliches Multiple abgebaut auf Basis der Umsatzkennzahlen. Mittlerweile ist die Bewertung wirklich sehr, sehr niedrig und teilweise geringer als Wachstumsunternehmen, als Value-Unternehmen. Das heißt, SoFi hat als Wachstumsunternehmen eine geringere Bewertung als gleichlaufende Value-Unternehmen. Das habe ich schon mal in anderen Videos gezeigt gehabt. Klar kann man jetzt dazu sagen, okay, diese Unternehmen schreiben auch Gewinne. Und da kommen wir genau jetzt in diesen Aspekt rein, nämlich, dass ganz viele Investoren Risk-Off gegangen sind. Dieses auch damit verbundene Risiko der späteren Erträge nicht mehr eingehen wollen. und auch im höheren Maße nicht eingehen wollen, als es jetzt gerechtfertigt wäre durch höhere Zinsen. Und hier muss man jetzt sehen, dass genau dieser Aspekt auch bei SoFi dazu sorgen kann, dass wir in kurzer Zeit sehr schnell einen Bullen-Run bekommen. Wir müssten hier natürlich jetzt erstmal die Quartalszahlen abwarten, die jetzt am 10. Mai veröffentlicht werden. Schauen wir uns aber hier nochmal einfach die Kennzahlen zu SoFi an. Ich gehe ja immer schön gern auf diese Website-Traffic-Übersicht. Wir sehen hier, dass ein sehr hohes Interesse an SoFi im ersten Quartal wirklich zu sehen ist. Und ich denke und ich gehe auch davon aus, dass wir wieder sehr starke Member-Zahlen sehen sollten. Und gleichzeitig auch das wieder bedeuten würde, dass wir die Umsatzzahlen schlagen sollten, vielleicht auch die Earnings, aber vor allem die Umsatzzahlen sollten höher liegen. Wir hatten das Ganze auch in den letzten Quartalen hier, der Umsatz nicht so arg dafür die Earnings geschlagen. Und da davor nochmal die Earnings deutlich geschlagen, aber das Revenue, also den Umsatz nur leicht wieder geschlagen. Davor war es auch teilweise eher durchwachsen. Wir sehen aber auch hier, obwohl wir die Prognosen wirklich schlagen konnten, ist der Kurs weiter abgerauscht. Wir könnten aber hier wirklich einen sehr schönen Turnaround sehen, der sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat. Und hier jetzt wirklich eine starke grüne Kerze nach oben, könnte hier dafür sorgen, dass wir auch hier eine kurzfristige Rally um 40, 50% sehen könnten. Wenn, das wird jetzt wichtig, eben gesagt, die Quartalszahlen getroffen werden, das Memberwachstum weiter da ist und vor allem auch wirklich das Umsatzwachstum und dann natürlich auch ein Ausblick für das kommende Jahr. So ähnlich sollte es aber auch mit vielen, vielen anderen Unternehmen sein. Ihr seht schon auf der rechten Seite, dass viele Unternehmen, die in den letzten Wochen ordentlich Prügel bekommen haben, jetzt gestern aufgrund dieser FED-Entscheidung und FED-Erklärung sehr, sehr stark angezogen sind. Wir sehen auch Ganze hier, Palanty wieder mit 4%, Upstart mit 9%, Firmen mit 5%, das waren alles Aktien, die seht ihr hier, sind ordentlich abgestraft worden. Wir sehen das aber auch zum Beispiel bei Facebook und sogar eine Apple hat um 4% ebenfalls gewonnen gehabt. Ein weiterer Favorit, wo ich einen ordentlichen Zug nach oben sehe, ist zum Beispiel eine Tesla. Ich denke, bei Tesla ist jetzt die Situation wie folgt. Wir hatten hier einen Ausbruchsversuch, der nach unten abgewehrt wurde und meiner Ansicht nach würde Tesla schon längst wieder ein neues Allzeithoch sehen, aufgrund der sehr starken Entwicklung im ersten Quartal. Es gibt auch mittlerweile wieder Gerüchte, dass Tesla jetzt in Shanghai eine zweite Fabrik eröffnet. Das erhöht natürlich das Risiko der Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Gleichzeitig ist aber auch der chinesische Markt im Moment der wichtigste für die ganzen Elektrobauer. Und wir könnten hier sehen, wenn Tesla wirklich mit einer weiteren Fabrik ähnliche Auslieferungsrekorde schreiben, dann sollten wir vielleicht auch wirklich in den nächsten Wochen einen weiteren Zug nach oben sehen. Die Bewertung von Tesla ist mittlerweile günstig, auch wenn mir jetzt viele hier widersprechen würden. Wenn wir hier auf TipRanks mal kurz auch nach Tesla suchen, dann sehen wir zwar auch hier weiterhin, dass sie wirklich diese Analystenmeinungen weiter deutlich auseinander gehen. Aber wir sehen jetzt auch hier, dass es immer noch sehr viele Bullen auch bei Tesla im Rahmen gibt. Und die Bären, die auch in der Vergangenheit Bären waren und irgendwelche Kursziele von 67 US-Dollar ausrufen. Gut, die ziehen jetzt natürlich diese ganze Prognose nach unten. Dennoch meiner Meinung nach ist Tesla hier zum Beispiel auch wirklich ein Kandidat für eine weitere kurzfristige Rallye. Wie es danach weitergeht, wird auch von anderen mehreren Faktoren abhängen, auf die wir auch gleich nochmal eingehen. Aber auch Tesla wird jetzt nicht das einzige Unternehmen sein und Sofa wird nicht das einzige Unternehmen sein. Ich denke auch eine Palantir wird jetzt nach diesem, ich sag mal Doppelboden, der sich hier vielleicht auch abzeichnet, wieder einen Schwung nach oben bekommen sollen. Enphase und SolarEdge sind auch so beide Kandidaten. SolarEdge hier wie gesagt schon einen längeren seitwärts laufenden Bereich. Auch hier bei SolarEdge könnte sich jetzt wieder abzeichnen, dass wir hier einen Zug nach oben bekommen. SolarEdge aus der Hinsicht Technologiewert gleichzeitig aktiv im Solarumfeld, das im Endeffekt große Zukunft für die nächsten Jahrzehnte hat. Auch hier, wie gesagt, auch hier könnte sich jetzt kurzfristig eine Rallye ergeben. Ihr könnt also schon sehen, dass sehr viele Aktien, wir können auch zum Beispiel eine Fiverr anschauen, ihr seht schon, dass sehr viele Aktien hier, im Endeffekt bei Fiverr, habe ich hier übrigens schon seit einigen Monaten hier etwas eingezeichnet gehabt, nämlich wie ich vorgehen würde, wenn ich jetzt wirklich sehr starkes Interesse an Fiverr hätte und Zukäufe tätigen wollen würden, habe ich damals gesagt gehabt, hier kaufen und dann je nachdem, wie sich der Kurs entwickelt. Und wir sehen, wir haben hier zum Beispiel ganz gut getroffen. Und wir könnten auch hier bei Fiverr jetzt wirklich auch hier eine Bodenbildung sehen, mittlerweile, die sich auch hier abzeichnet. Wie gesagt, insgesamt, wenn man sich die ganzen Bewertungskennzahlen anschaut, auch bei Unternehmen, die jetzt aus dem Internet- und Tech-Bereich kommen, dann war die Bewertung auf Basis von EBITDA-Kennzahlen oder auch auf Umsatzkennzahlen für die ganzen Segmente Fintech, Internet, Innovation, lange nicht mehr so günstig, wie wir das Ganze jetzt sehen. Das sehen wir im Übrigen auch, wenn wir bei ARK Invest mal gerne hinschauen. Wer empfiehlt heute noch ARK Invest zum Kaufen? Keiner. Wenn jemand irgendwie was mit ARK Invest empfiehlt, dann zu shorten. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich finde jetzt nicht alle Aktien, die jetzt wirklich hier im Innovationssektor drin sind, wirklich innovative Aktien. Aber der Research, wo jetzt auch zum Beispiel auch Katie Wood immer mal wieder veröffentlicht, finde ich insgesamt trotzdem lesenswert. Und man findet auch immer wieder kleine Perlen auch bei ihr praktisch in den Depots. Und wenn man sich dann wirklich mit den Unternehmen beschäftigt, dann findet man auch manchmal Aktien, die für das eigene Depot sehr interessant sind. Und wir sehen hier auch wirklich ARK Invest, ARK G, ARK K, Innovation oder auch Genomics ist wirklich sehr, sehr tief. Und wir könnten hier eine kleine Erleichterungsrallye auch hier sehen. Wie gesagt, für mich gibt es jetzt im Moment keine Aktie, die jetzt nicht aus dem Innovationssektor kommt, wo ich sagen würde, dass wir zumindest nicht kurzfristig eine kleine Rallye sehen. Und hier muss man sich jetzt natürlich Gedanken machen, okay, was mache ich dann, wenn es jetzt wirklich diese Erleichterungsrallye gibt? Und der wichtigste Fokus, den ich jetzt so praktisch als erstes für die ganzen Personen ausrufen wollen würde, ist, wenn es jetzt wirklich so eine Erleichterungsrallye gibt, dann schaut euer Depot erstmal durch und trennt euch von den Aktien vielleicht, die ihr ohnehin schon lange, lange weg haben wolltet. Denn wenn diese Erleichterungsrallye nur von kurzer Dauer wäre und wir insgesamt hier immer noch an dem Bärenmarkt gefangen sind, dann wird der nächste Lackdown wieder sehr, sehr tief und dann sollte man sich spätestens, ich denke, von den ganzen Aktien getrennt haben, die spekulativer sind und die man eigentlich eh schon immer loshaben wollte. Das heißt, das wäre schon mal der erste Punkt, wenn wir diese Erholungsrallye sehen, dann nicht unbedingt zwangsläufig bei Aktien wieder aufspringen, wo man eh schon immer Zweifel hatte, weil sie jetzt irgendwie zwei, drei Tage in Folge fünf Prozent, vielleicht zehn Prozent und irgendwie vielleicht nochmal zweistellig wieder zu steigen, sondern trennt euch genau von den Aktien, von denen ihr nicht überzeugt seid. So, das erste Ziel, wo ich jetzt vielleicht auch vom NASDAQ wieder ausrufen wollen würde, wäre jetzt auf jeden Fall kurzzeitig dieses Level. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auf diesen Bereich erstmal zu steuern und dann muss man weiterschauen. Entweder wird das Ganze der Abwärtstrend hier bestätigt, dann sehen wir vielleicht ein zweites Lackdown oder wir brechen hier durch und dann muss man das Ganze eh mal nochmal neu betrachten, ob wir dann vielleicht auch bis zu diesem Rahmen gehen. Das jetzt nun mal zu weit zum NASDAQ, aber hier könnte man jetzt dazu sagen, es könnte nur eine kurzfristige Rallye sein. Ich will noch nicht ausrufen, dass wir jetzt einen ordentlichen, gigantischen Rallye-Modus kommen, der dann irgendwie mit neuen Allzeithochs, die bis Ende des Jahres auftauchen, dann in Folge resultieren, sondern ich denke, dass wir kurzfristig wirklich eine kleine Rallye sehen und danach kommt die Entscheidung. Die Entscheidung ist auch ein bisschen tagesbezogen, denn es gibt immer noch ein paar geopolitische Punkte, die natürlich jetzt reinsprechen am 9. Mai zum Beispiel. Was passiert in Russland? Wird dann der Krieg ausgeweitet? Nochmal eine Mobilisierung gestartet? Was passiert in China mit den ganzen Lockdowns? Das sind immer noch geopolitische Punkte, die die USA jetzt nicht wirklich zwangsläufig unter der Kontrolle hat und die FED erst recht nicht. Deswegen, ich denke, dass wir kurzfristig eine Rallye sehen, das heißt auch die ganzen Aktien, die in den letzten Monaten wirklich abgestraft waren, sollten eine kleine Erleichterung spüren. Aber im Moment ist es noch zu früh zu sagen, dass die ganzen Indikatoren jetzt wirklich für eine ordentliche Rallye bis Jahresende sorgen. Dazu muss man jetzt auch vielleicht nochmal zunächst abwarten, was passiert. Ich werde jetzt folgendes machen, sei gar nichts, ich behalte meine Aktien, wie sie im Depot sind, wie ich sie auch die letzten Monate immer behalten habe und kaufe einfach immer monatlich weiter zu. Mein Depot soll ja in Summe wachsen und mir ist es erstmal kurzzeitig egal, wie sich hier die Entwicklung befindet und ob eine SoFi minus 50% jetzt auf einmal hat und ich dann zukaufen kann oder dann hier auf einmal wieder eine 100% Rallye macht, das ist mir erstmal egal. Ich will einfach die ganzen Aktien weiter zukaufen. Natürlich ist es für mich vorteilhaft, wenn die Aktien irgendwie weiter sinken, danach kann ich zukaufen. Auf der anderen Seite sieht mein Depot natürlich unschön aus im Moment, wenn ich auch knapp mit 14, 15% immer noch seit Jahresanfang im Minus bin. Mich würde jetzt noch interessieren, was du jetzt genau in dieser kurzfristigen Rallye vielleicht machen würdest und was du jetzt davon hältst, ob wir hier nur so einen kurzzeitigen Pop-Up nach oben sehen oder dass wirklich der Start einer längeren Rallye ist bis Jahresende. Vielen Dank dafür zu schalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.